hallo liebe sims 4 freunde herzlich willkommen zurück zu die sims 4 ich verliere gerade meinen schuh egal so wir müssen gleich arbeiten wir wurden befördert wir sind jetzt assistenzärztin müssen jetzt drei personen erfolgreich diagnostizieren und heilen weil wir da drinnen so gut sind ich glaube wenn ich so zügig daran gestorben bin so oft ich sie manchmal falsch diagnostiziert habe wir könnten immer wieder neue sims einziehen so wir sind wieder im krankenhaus angekommen wo sind meine patienten hier warum liegt eigentlich immer müll bei einem patienten im zimmer der schilder hat Wieso bringt er eigentlich jedes Mal den Patienten in ein anderes Zimmer? Warum nicht eigentlich auch Mühe? Bring ihn doch zu einer Untersuchungsliege, die frei ist. Was ist denn dein fucking Problem? Abuma-Schmissnay? Oh, Jorin! Slufo! Warmbuff-Jaruk! Taba-shi-si-klau! Genso! Yofi-ne-yong-soi-i-roba! Mal gucken, ob er es wieder verpacken wird. Feier! Was war das? Schwimper-Dick! Au! Woopsa! Au! Er lacht, also kannst du nicht zufrieden sein. Jumper? Aha! Okay, es war nicht die richtige Behandlung. Woopsa! Ja! Ja! Der ist nicht die richtige Behandlung. Egal, du hast dich! Na, das war nicht. Das war nicht. Der ist ein Leid, das war nicht so, wie du ein Leid. Oh, das ist so großartig. Komm mal einfach an Müll rum. Das sieht so teindeutig das Vanillete-Krankenhaus. Und so, und danach? Oder suchen wir die Augen? Ja, ja. Super! Ja, pass auf! Ja, das ist so großartig. Ja, das ist so großartig. Ja, das ist so großartig. Ich bin bereit, die Vorhinsen für Allgemeinzustand zu stellen. Busch Magento! Huh? 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 So? Kalkapan-Tube, We-Floi-B, Is-Buh. Arbenduba! Äh... Vinaya Nuj-G... Oh! Ah, wie zu probieren, Mauswahl. Kann ich da mit dem Glück irgendwas nehmen, aber... So, so! Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann gefeuert werden, wenn wir nach Messims umbringen. Ah, das ist ein Grill. Ah, aha. Hat jemand irgendwas Leichteres? Warum willst du ihn jetzt unbedingt von der Dersuchungsriege wegschmeißen? Oh, ich will ja für Gas und Kichern. Sie kichert so komisch. Nein, geh weg. Ich möchte keine Zeit mit dir zu reden. Zopp! Oh, okay! Toki-Boo! Zabbo! Machen wir mal. Ja? Dorma Kalemka-Flofta. Oh! 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 Ah, ah! Orde! Ah! Bekauam kredit! Ja! Zwach ich dich? Jetzt! Hey, Akito! Hipsterhooker! Ha, Gott! Oh! Oh! Ja! Es gibt, es ist ja auch ein Müll. Oder was ist das jetzt? Ah, hier ist das schon nass, glaube ich. Nein! Zobaffa Barawa. Und Azba, Zobaffa Barawa. Ach, family. Soder! Was ist denn jetzt? Achtung! Da ist er! Abstrich haben wir von ihm schon! Laufbahntest können wir machen. Nur um ihn zu quälen. Und macht er wahrscheinlich gerade sowieso nicht mehr hin. Fantastische Arbeit geleistet. Und 1235 Euro verdient. Kann auch nicht reden. Und dabei haben wir Patienten getötet. Oder fast. Wenn ihr es mit dem Zahnar und kein Zahnar, und könnt ihr ein Zahnar? Der Laufstück! Das ist ein Zahnar. Das ist ein Zahnar. Das ist ein Zahnar. Wenn ihr das Zahnar nicht verletzt, ist das Zahnar? Das ist ein Zahnar. Das ist ein Zahnar. Das ist ein Zahnar. Das ist ein Zahnar. Verdoppens Essen finden. Verdoppens Essen finden. Und was tun wir mit dir? Oh, dir geht es immer so gut nach deiner Arbeit. Ich besser auch nicht. So, du musst jetzt wieder von Montag bis Freitag lassen. Dann sind wir das Wochenende frei. Ah. Ja, du darfst dann auch schlafen gehen. Immerhin haben wir jetzt bei Leistung durchschnittlich. Okay, wir sind aus dem gelben Bereich draußen. Das ist ja schon mal gut. Entschuldigung. So. So. Und das. So, wenn wir grad sowieso schon mal draußen sind. Hier gibt's aber irgendwie nirgends was, um nach Fröschen zu suchen. Höhen. Blümchen. Ach, hier könnten wir nach dem Schatz graben. Hier könnten wir nochmal graben. Wenn das tut. warum ist da jetzt eigentlich der eine steigen weg warum ist der weg kapsel ein hopper ich glaube den haben wir schon ich glaube ich suche und finde mich herrlich was ist denn das und einfach ja danach darfst du heim ein frosch ein alabaster und ein shinolith shinolith egal nämlich mehr das ist der kleine grüne das ist voll süß der ist ja voll süß so jetzt fällt ihr ein dass sie keinen spaß hat auf der arbeit wirst du spaß haben müssen wir dazwischen mal kurz auf die uhr spiegeln körper 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 Ah, das ist gut. Ich weiß nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war's. Das war's. Vielen Dank für's Zuschauen! Ich habe manchmal nicht ganz genau weiß, worauf ich jetzt achten soll, gucken soll, ähm, bei den Sims. Ich meine, der eine, der hat sich gekratzt die ganze Zeit, da habe ich gedacht, dass er stößt eigentlich mit dem Plumper und dann war es das aber nicht, habe ich auch nicht verstanden. So, das Ergebnis können wir jetzt protokollieren. Hier können wir die Temperatur messen. Oh. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, ah. Ja, weiby, splecky. Amuschpina Gome. Ah. Oh. Es ist die neue Kumpär. Schocker werden, zu, wir flüeber. Mh, mh. Ah. Ne, nein, das war's nicht. Ha. Äh, ähm, das ist Pantes. Das wird mir wieder schlecht angewiesen. Banzoi, ihr Schwarm. Dorma Kalamka Flovda. Tschetsch Pivna. Ich habe wahrscheinlich gleich gefeiert. Banzoi, Polanus Pissfall. Divan, Kuk, Zerobna. Wiffelstein. Wobay. Buddha Mopsi, Moomau, Chaggy. Barbie Tarsi, watch it! Fui-Buck, Thuriz! Das war's für heute. Was bringen wir das hier noch zum Untersuchungsliegen? So! Ja! Können wir den hier noch zum Untersuchungsliegen? Genau! Ja, genau! Und dann bringen wir sie noch zum Untersuchungsliegen, wenn sie zeitlich gerade reichen. Ist das ein Teddybär? Das geht halt sich umgezogen. Das ist die Teddybär-Krankheit. Okay, ich glaube, dass sie gerade festgebackt haben. Obwohl wir jemanden umgebracht haben. Ja, okay. Falsch Diagnostizentraum. Sagen wir es mal so. Dann sack ich jetzt ab auf jeden Fall. Warte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschaui!